Willkommen zurück zum Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, danach habe ich dann auch die Aufnahme beendet und jetzt laden wir einfach mal wieder den Animus, glaube ich. Ja, durch imposante oder nicht gesellschaftsfähige Aktionen werden sie gesucht. Das macht Sinn. Oh, Synchronisationsstreifen und so. Und, ja, sehr gut. Und, ja, sehr gut. Das könnte jetzt etwas schwierig werden. Äh, ich versuch's mal über die Dächer. Das sollte theoretisch gehen. Weil wir jetzt zu Leonardo da Vinci müssen. Und dafür müssen wir anscheinend wieder durch die halbe Stadt. Äh, ja. Santa Maria del Fio oder Dark Park Zugang. Okay, hier über die Dächer ist anscheinend... Oh, oh. Seid nicht schön, dann tretet näher. Heh, heh, tschuldigung. Das hat ein bisschen wehgetan. Verdammt, da ist jetzt auch gleich wieder eine Wache. Dann... Machen wir das ganz einfach so. Ach, das Gebiet ist noch nicht verfügbar. Okay. Okay, dann, äh, ganz schnell weg hier. Gut, da hinten ist aber ein Aussichtsturm, so wie's aussieht. Den... ...will ich nochmal eben mitnehmen. Äh, sieht so aus, als wäre das der hier. Packen. Funktioniert nicht. Okay. Ah, das ist mal wieder ein recht einfacher Turm. So, hier können wir mal eben noch die Erinnerungen synchronisieren. Äh, ich muss grad mal gucken, ob mein Mikrofon überhaupt an ist. Äh, das passiert mir in letzter Zeit irgendwie bei den Tests andauernd. Ich teste ja vorher immer einmal, ob die Soundquali so einigermaßen funktioniert. Noch so ein Sörner, denke ich. Und, äh, dann passiert es mir ganz oft, dass... Oh, oh. Eigentlich, ähm, das Mikro aus ist. Und, oh mein Gott. Ähm, und ich den ganzen Test dann nochmal machen kann. So. Musste mich mal eben drauf konzentrieren, nicht entdeckt zu werden. Okay. Und, rein hier. Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich. Komm, hier entlang. Ach, que pasticcio. Tutos santo giorno que cerco. Ich mach etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mir dispiatsche. Moment, Moment, Moment. Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, äh... Schi, schi. Jenny ist bei der Arbeit. Das ist sehr herrnswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden Dritten... Schi. Bitte. Es ist fertig. Was ist fertig? Die Klinge. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Ja, wir können jetzt nach oben drücken, um die versteckte Klinge auszuwählen. Unglaublich, das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider. Nur diese eine. Hör zu. Wenn du je wieder so eine finden solltest. Bitte, bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Im Namen der florentinischen Wache. Öffnet diese Tür. Äh, ein Moment. Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Si. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Ein Ausrufezeichen auf einmal ansonsten. Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört. Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht verdumm. Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Ja, wir müssen jetzt ein Attentat auf die Wache vollführen. Was ist nun? Äh. Desynchronisation entdeckt. Was, was, wie, wo. Äh, okay. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört. Oh. Okay. Äh. Mir ist gerade aufgefallen noch, oder schon vor einiger Zeit, dass die... Ähm. Äh, okay. ...dass die Untertitel aus sind. Ah, wo können wir sie denn einstellen? Ähm. Nein. Nein. Okay, anscheinend müssen wir dafür aus dem Animus raus und ins Hauptmenü. Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht, verdammt! Wir wissen, ihr standet der Ver... Hm, falsche Taste. Genau. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Äh. Redest du jetzt? Was ist nun? So, jetzt aber nochmal. Ein Antat auf die Wache. Ähm. Ähm. So. Ausgewählt. Und... Und... Ach, verdammt. Okay, so funktioniert das nicht. Irgendwas mache ich falsch. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Pfand der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht, verdammt! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Äh! Redest du jetzt? Was ist nun? So, jetzt nochmal das Ganze. Ähm. Okay, wir können nur... Versteckte Klinge auswählen. War das genug? Ähm. Ah, jetzt. Okay. Das hat's erledigt. Es tut mir so leid. Äh. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir. Zur Forschung. Ja, der Kerl hat wohl ein paar mehr Leichen im Keller. Und so. Äh. Als erstes nehmen wir ihn mal aus. Mh, kommen wir... Nein, wir müssen natürlich wieder mitten durch die Menschenmenge. Und... Dahin. Dort drüben. Na, als wäre gar nichts passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran. Findest du mehr dieser Seiten? Bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Ja. Okay. Mh. Ach ja, ich wollte mir noch einen. Ups. Was für ein Schauberlack. Gut gemacht. Gut gemacht. Wunderbar. Mh. Ich bin mit der Steuerung nicht mehr so ganz, ähm... In... Äh, wie auch immer. Nicht so ganz... Äh... Mir fehlt grad ein Wort. Äh... Mir läuft die Steuerung nicht mehr so ganz gut von der Hand, da, wie man hier sieht. So, wir klauen uns jetzt hier eben nochmal ein neues Waffenteil zusammen. Okay, das... Frisch gefahrtene Egel! Wer braucht einen Adalas? Ich nicht. Hier, röt ich hin. Äh, jetzt wollte ich nochmal eben gucken. Da war die Karte. Wo ist der Schmied? Da. Da muss ich hin. Okay, das könnte schwierig werden. Achso, da geht's hoch. Oh, der ist aber gelenklich. Ja. Ich hoffe, das hat man jetzt im Hintergrund nicht gehört, was diese Frau gerade gesagt hat. Äh... Ich dachte, dieses Spiel wäre ab 12 oder ab 16. Keine Ahnung. Ah, jetzt weiß ich auch, warum es ab 16 ist. Okay. Hm. So. Und gleich sind wir beim Schmied angelangt. Wenn ich denn weiß, wo der Kerl ist. Äh... Das sieht doch gut aus hier. Allerdings begeben wir uns hier erst in der nächsten Aufnahme rein. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.